Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Haben wir ihn erwischt? Tatsache, wir haben ihn platt gemacht. Geil. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Ja, Leute. Wir müssten nicht übertreiben. Problem ist natürlich, dass das Ding echt weit weg ist. Haben die ein Speedboot geklaut? Nein. Könnten wir aber machen. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. So, da vorne haben wir das Speedboot. Zack. Hi. Es tut mir leid. Mitten im Meer rausgeworfen. Ist doch geil, oder? Hier müssen wir auf jeden Fall schneller. Die Frage ist sicherer nicht, aber schneller. Alle Achtung. Jetzt geht's ab. Wir schicken Boote zu eurer Position. Uh. Und los geht's. Achtung. Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs zu euch. Das Schöne ist, Leute, dadurch, dass wir so hoch gelegt sind, haben wir natürlich einen gewissen Vorteil. Wir können schon mal von oben sehr schön alles erkundschaften. Zack. Komm, fall um. Wow, was war das? Alle Achtung. Jetzt geht's ab. Oh, sehr schön. Mein Freund. So. Halt. Wir machen die Waffe mal leer. Kurzen Moment. Hier Zentrale. Oh. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Kurzen mal gucken, ob wir irgendwas hier effektives Plan machen können. Achtung, Leute. Zielen. Feuer. Oh. Scheiße. Oh, scheiße. Was ist jetzt los? Hallo, springst du mal bitte runter? Dankeschön. Hi. Boom. Sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal natürlich gucken, wo hier was ist, damit wir nicht hier Millionen mal rumlaufen müssen. Und natürlich ein enormer Vorteil für uns ist die Tatsache, dass wenn hier einmal alles platt ist, dass alles platt ist, ne? Also, wir müssen, Leute, warum ist der Heli abgestürzt? Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Also jetzt muss ich mal gucken, es wird hier irgendwo unterhalb hängen. Ja, da sind sie ja schon wieder. Yeah. Alle Achtung. Alle Achtung. Boah. Ist das Ding ungenau. Aber die treffen so, als ob es nichts anderes geben würde. Außer dieses Maschinengewehr. Und außer deren Trefferquote, ne? Das ist der Wahnsinn. Aumöhr. Okay, es geht schon los. Wow, 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 wow. Alle Einheiten hierher. And bam. Und los geht's. Komm schon. Unterstützung ist unterwegs. Alle Achtung. Wir brauchen Verstärkung. Schlecken hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs. Ach so, es hat noch geklappt, oder was? Natürlich. Nimm ich mit. Halt, machen wir hier noch ein Bömmchen dran. Zack. Sehr schön. So, jetzt, wir müssen ein bisschen Boden da bleiben. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Zack. Wee. Bam. Kein Problem. Okay, Leute. Was ist das da oben? Ich glaube, da war noch eine Wache oder so. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Ja, ihr seht mich gleich schon früh genug, Leute. Vertraut mir. So, wir werden den so ein bisschen einheizen. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Oh. Wow. Wow. So, jetzt ganz kurz hier unten mal gucken. Hey, was ist denn los, Jungs? Sehr schön. Und da ist auch der letzte Verhälter. Oh, sehr gut. Haben wir es schon wieder geschafft? Ich kriege euch an. Ihre Kompte-Unterstützung in eurer Position. Perfekt. So. Das heißt, das haben wir auch. Das heißt, das gehört uns. Wunderbar. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt hier hin. Corta, cura. 4,3. Wow. 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 Das war ein harter Angriff. Definitiv. Also, der hat gesessen, der Schuss. Wahnsinn. Okay, hier sucht uns einer, so wie es aussieht. Oh, wir müssen ganz schnell hoch. Achtung. Unsere Seestreitkräfte sind unterwegs. Wow. 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 Oh, nein. Das gibt es gar nicht. Unfassbar, Leute. Was haben die denn bitte dabei, dass die uns so perfekt treffen? Das ist doch nicht normal. Warum fliege ich? Hat der Enkel? Unfassbar. So, auf die Hoffnung. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst. Ja, da draußen gibt es nichts mehr, was zu melden wäre, Kollege. Ah, komm schon. Die Kurve hier kriegen wir noch. Super. Dann nehmen wir uns hier vorne das Fischerboot mal mit. Ist nie verkehrt. So. Oder ich korrigiere den Satz. Oder das Fischerboot nimmt uns mal eben mit. So. Hi. Hi. Ja, es tut mir leider sehr leid. Aber ich nehme ein anderes Fischerboot. Merke ich jetzt gerade. Und ich würde sagen, tschüss. Hoppala. Hey, 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 hey. Oh, nein. Das gibt es nicht. Das gibt es doch gar nicht. Was soll denn das? Komm schon. Irgendeinen Angelpunkt. Sehr gut. Hi. Ich möchte gerne ihr Schiff haben. Dankeschön. So. Und los geht die Fahrt. Ach so. Das war gar kein Speedboot. Wow, wow, wow. Nicht Gas geben. Sehr gut. Wuhu. Wow, 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 wow. Also manchmal sind die Boote echt schwer zu kontrollieren. Aber es sieht wirklich geil aus. Yay. Das Meer ist aber auch kein Zentimeter ruhig. Kein bisschen heute. Aha, jetzt kommt es. Ein bisschen ruhigeres Gewässer. 75 Knoten maximal. Die erreichen wir auch nur in der Luft, glaube ich. So, gleich sind wir angekommen. Und dann nehmen wir diese verdammte Festung da hinten auseinander. Zeigen wir denen mal, wer Rico genau ist. Wuhu. Und los geht's. Wow. Okay, Glück gehabt. Hoppla. Das war knapp. Da sind nur noch 2,5 Kilometer. Das ist jetzt nicht wirklich extrem weit. Über den Wolken. Aua. Hallo. Danke. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Keine Kosten, keine Sorgen. Und dann... Das aufzufangen, das dauert, Wahnsinn. Da vorne ist die Festung. Boah, das ist diese Riesenfestung, die ich, glaube ich, vor kurzem einnehmen wollte, aber noch nicht fertig war. Kann das sein? Ist das das hier? Ja, ne? Betreten der Provinz Corta Draco. 17% haben wir nämlich schon hier, genau. Das war da. Und... BAM! Tschüss! So, wir übernehmen erstmal die Flugabwehr. Hier haben wir nämlich einiges zu tun, wie wir sehen. Also so wirklich einiges. Aber dann können wir Flugzeuge in unserem Team natürlich besser gebrauchen. Als die Gegner bei sich. Oh, schöne Waffe. Ich wollte gerade sagen. Sieht gut aus. Dann flitzen wir mal flott hier durch. Wow, 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 wow. Okay, 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 okay. Einmal ganz kurz verkrümmeln hier. Schwupp. Warte, warte, warte! Ich glaube, ich kann fliehen. Hey, Alter, Achtung her. Hier geht's wieder. Ah, 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 ab! Oh, ja, okay, dass ich da tot bin, das kann ich nachvollziehen. Ah, das war genau mit dem Kopf gegen die Wand. Oh. Tja, Stöße erhöhen zwar das Denkvermögen, aber diese Stöße definitiv nicht. Egal, weiter geht's. War nur ein kurzer, aber harter Rückschlag. Macht aber nichts. Dafür werden wir jetzt effektiv zurückschlagen. Und zwar folgendermaßen zielen. Feuer! So. Den hier werden wir natürlich mal mitnehmen. Ich glaube, der ist gar nicht so verkehrt. Ich hoffe, der Panzer hier, hoppala, war eine Attrappe oder so. Egal, ich schieße einfach mal drauf. Hoppala. Egal. So. 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 So, wunderbar. Auf geht's, Leute. Kommt irgendwie kurzzeitig immer eine Warnung eingeblendet und dann ist sie wieder weg. Abwehr aktiv. Halte dich vor dem P-Geschützen fern, okay? Na, wer gewinnt das Duell?